ja und da bin ich auch schon wieder mit Skyrim und einem Geldbeutel den ich vorhin übersehen hab nochmal 34 Gold fast so jetzt würde ich bitte Mr. Mr. wo bist du das sind nicht Mr. Mr. schläft da drüben so wach mal auf so ah nein das wollte ich ja noch nicht so gut genau habe ich ganz vergessen also jetzt geht es mal raus jetzt geht es raus Leute und ich glaube ich werde jetzt dann eine zumindest kaufen eine Stahlkriegsachs des Himmelsschmieden Stahls ah die längst ausgesprochen Denver Denver ich weiß nicht dann würde ich irgendwie schon wiederum gerne ein bisschen weitermachen mit naja halt rumgehen Gegner Leuten Gegner töten Leute Gegnern oder töten aber jetzt erstmal ein weiteres Mal auf zur Himmelsschmiede der Irland Graumine der schläft vermutlich aber es gibt noch so viele Quests hier es gibt noch so viele Quests hier naja solange es wird erreichen so bald ist es wieder Tag 8 so lang ja da ist er ja da ist er hallo Mann was geht ab naja die will ich kaufen genau kann ich keine gestohlenen Sachen verkaufen und da haben wir was noch um genau zu sein noch mehr Faust wo ich habe den Trauer Schatten verlieben von Drachen gehalten gut wird sagen gefangen mit dem was hast du denn dabei 40 Goldstücke und eine Menge Schlüssel Lass die Finger davon hat sich auch vor ja vielleicht aber ich will jetzt erstmal in mein Haus und all meine gestohlenen Gegenstände da mal eben reingeben Hallo Lydia Truhe Truhe wobei eigentlich finde ich das nicht zu gut wenn ich mache ich lieber eine Truhe der gestohlenen Gegenstände so und da kommen alle meine Bücher rein die ich habe da 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 und da 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 mir. Der Elfenbogen macht 22 und der macht 17. Definitiv. Aber den Elfenkriegshammer glaube ich fast gebe ich da rein. Die wird ausgerüstet, der wird verkauft. Zwergenzweihänder wird auch da reingegeben. Und dann Bekleidung. Naja, so viel habe ich ihn nicht gestohlen. Ah, das Fallmauer vielleicht. Und das da. Ah ja, Bücher habe ich keine. Und Schlüssel. Den sollte ich... Den habe ich gar nicht gestohlen. Das sind unterschiedliche. Ach, na wie dem auch sei. Ich glaube jetzt jedenfalls, dass ich mal ganz schnell meine ganzen Pelze gerben werde. Noch schnell so. Sonstiges. Warum kann ich das nicht machen? Also welch zwei Ziegenfäller braucht man? So. Gleich nochmal. Und das auch. Jetzt ein Schleifstein. Den Elfenbogen kann ich gleich mal verbessern. Habe ich keine Stahlbahn mehr oder was? Ihr seid jemand, der für Ergänze warst. Ja, mir auch. Ich brauche jetzt eine Stahlbahn. Ich will Ergebnisse. Okay. Hat sie irgendwo Stahlbahn gelagert? Wo geht es denn dahin? Anscheinend nimmst wo. Und hier sind wir anscheinend keine Gelagert. Kriegsjungfäer. Gut, dann muss ich mir einen kaufen. Das hatte ich zwar nicht vor, aber naja. Was sein muss, muss halt sein. Öffnen. Öffnen. Hey Mann. Hi. Was geht? Hast du eine Stahlbahn? Du hast eine Stahlbahn. Einen will ich. Danke Mann. Ja, da gibt's. Ich schaue noch schnell darauf. Vielleicht gibt's da oben. Achso, ja, das war das. Genau. Gut, perfekt. Dann bin ich hier schon so gut wie fertig. Nur es, ähm, ja, es fehlt dann noch eine Kleinigkeit. Ich schaue hier einige gute Stücke, wenn wir ja passiert. Drinnen gibt es noch mehr. Hochwertig. Herstellen. Herstellen.